Musik Hey Leute, was geht? Ich war ein Willkommen zu einem Video! Guck mal, was wir heute spielen. Was ist das? Snake Master 3D heißt das? So, da steht Tap to Play. So, ich fang einfach mal an. Was muss ich hier tun, hä? Hey, ich glaube, ich muss hier irgendwas aufsammeln oder so. Hä? Ich verstehe das doch nicht genau. Und hier die Spieler. Oha, die muss ich auch besiegen, oder was? Oha! Okay, das sind irgendwelche Juwelen, die ich noch mitnehmen muss. Und die Spieler muss ich, glaube ich, auch besiegen. Den Schlüssel kann ich auch mitnehmen. Und wie lang bin ich? Werde ich immer länger, wenn ich hier alle aufesse, oder was? Ich habe keine Ahnung. So, ich habe es geschafft. Okay, nächstes Level. Hier steht, ich soll 5 Spiele crushen. So, ich will mir erstmal in die Juwelen, oder die hier alle sind. Ah, die Spieler will ich gleich holen. Ich glaube, die Juwelen sind hier ganz wertvoll. Weil ich habe gesehen, es wird später Skins geben oder so. Okay, es lernt gerade richtig. Oha, was geht hier ab? Hä? Ich kann die Spieler irgendwie gar nicht berühren. Was ist hier los, hä? Leute, warum geht es gerade nicht? So, jetzt geht es. Ich glaube, ich hatte so einen Cooldown oder so. Jetzt kann ich die wieder aufessen. Und Leute, ich habe gesehen, ich darf nicht im Kreis fahren sonst. Obwohl, das geht doch. Weil ich bin gerade irgendwie kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wieso. Egal, so, jetzt kann ich wieder einen aufessen. Zack, komm her. Ich verstehe doch nicht genau, was ich hier tun muss. Hä? Schon wieder? Ich bin wieder kaputt gegangen. Habt ihr es gesehen? Oh, oh, ganz gefährlich, Leute. So, jetzt kann ich den nächsten wieder holen. Perfekt. Ah, guck mal, da stehen jetzt noch 8 Leute, brauche ich. Und dann kann ich hier vorne durch, oder was? Jetzt geht das doch nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Eben stand da noch 11, glaube ich. Okay. So, jetzt kann ich wieder den nächsten holen. Zack, aber die laufen noch gar nicht weg. Die können fast gar nichts machen. Ich bin hier unbesiegbar gefühlt. Okay, Leute, 6 muss ich jetzt noch besiegen, glaube ich. Ja, Leute, ich habe es gleich geschafft. Der Cooldown hier ist da unten gerade etwas länger. So, noch 5 und dann kann ich da gleich endlich durch. So, Leute, guck mal, da steht nur noch 1. Dann müsste das Tor noch aufgehen, oder? Hier unten ist jetzt der letzte Spieler. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ah, da ist der. Was geht? Und zack, das Tor geht auf. Oha. Guck mal, geht es jetzt weiter. Was geht hier ab, hä? Oha, da hinten sind Riesenjuwelen und alles. Hä, geht das jetzt unendlich weiter vorne? Oha, da kommt gleich ein Boss. Was mache ich aber gleich gegen den, hä? Kann ich da schon hingehen, oder was? Oder muss ich die erst da unten holen? Ich glaube, ich bin auch zu schwach, oder? So, hier unten haben wir einen Schlüssel. Können wir mitnehmen? Die Juwelen. Guck mal, da ist so ein Riesenjuwel. Ich weiß nicht, was das bringt. Zack, haben wir mal genommen, so. Können wir die schon nach vorne gehen, oder müssen wir die hier besiegen? Ich glaube, ich kann die hier besiegen. Ich bin aber schon zum Boss da vorne. Kann ich das einfach tun? Soll ich einfach mal gucken, Leute? Geht das? Oder ist hier eine Wand? Hä? Ich kann die schon durch, oder? Nee, hier ist so unsichtbare Wand als ob. Das heißt, ich muss, glaube ich, jetzt alle besiegen da unten. So, Leute, ich kann jetzt endlich den letzten holen. Und zack. Kann ich jetzt hier endlich zum Boss hier gehen, oder was? Guck mal, ich bin auch jetzt, glaube ich, riesengroß geworden, oder? Oder hat sich nichts geändert? Hey, Leute, ihr seht, wie lange ich bin egal. Kann ich jetzt zum Boss endlich? Ist das der Letzte, den ich hier besiegen muss? Oha, ich kann hier rüber gehen. Und jetzt? Kann ich ihn aufessen, oder was? Niebleben. Hä? Ist das mein Boss? Leute, was mache ich gerade? Hä? Guck mal. Oha, Leute, das machen doch immer Schlangen. Das ist doch richtig OP. Und jetzt muss ich richtig schnell klicken. Und dann? Oha, ich habe ihn besiegt, Leute. Oha, Leute, guck mal. Jetzt ist die nächste Web da vorne. Da sind ganz viele Enten. Was geht? Und ich upgrade gerade hier die Zeit. So, damit ich schneller die Leute holen kann. Und dann upgrade ich noch hier das Essen für 500. Und die gibt es auch später Skins, sehe ich gerade. Könnten wir auch uns... Oha, warte, wir können uns die holen. So, hierfür 50 Juwelen, die wir uns gerade gesammelt haben. Hier, guck jetzt. Oha, so eine gelbe oder die blaue. Hier war die gelbe, so. Oha, wie cool. Was geht jetzt ab, Leute? So, jetzt, glaube ich, sind wir viel krasser. Oha, guck mal, viele, die wir auf einmal aufessen. Oha, ist das richtig OP. Oho, Leute. Was sind wir für eine OP-Schlange? Eben hat es so lange gedauert, wirklich. Ich habe für das Level richtig lange gebraucht. Aber jetzt geht es richtig schnell. So, hier sind irgendwie Kisten. Kann ich die auch aufmachen oder so? Irgendwie kriege ich die nicht auf. Warum kann ich die nicht nehmen? Ah, jetzt. Ah, ich muss die Runde machen und dann geht das. Ich muss die so einsperren. So, und zack, ich habe die nächste Kiste. Wow, und ich kann jetzt richtig viele Münzen aufsammeln. Die sind ganz wertvoll. Und hier noch wieder die Emeralds. So, zack. Die Kisten nehme ich auch noch mit, weil die sind auch richtig nice. Guck mal, da ist was Lierens drin. Ich glaube, das sind noch mehr Juwelen. Nice. So, ich hole die schnell alle. Und dann gucken wir gleich, was wir wiederholen können im Shop und so. So, Leute, es gibt keinen Gegner mehr. Das heißt, wir müssen nur noch den da hinten holen. Was ist das? Ist der Ente drin oder was? So, wir müssen da schnell hingehen und schnell Runde machen. Und zack, zack, let's go. Ja, einfach irgend so ein Sack. Was könnte da drin sein? Ich bin echt gespannt. Und ganz schnell klicken. Oha, da kommt ganz viel Geld raus und alles. Oha, wie nice. Oha, Leute. Jetzt können wir sogar Kisten öffnen. So, dann mache ich mal der Mitte eins. So, ganz viele Münzen. Nice. Hier oben links und da rechts. Nice. Juwelen haben wir auch bekommen. So, Leute, jetzt kann ich die Schlange wieder upgraden. Mache ich mal. Wir haben 1500 Münzen, Leute. Das ist richtig viel. So, ich mache die erst mal hier auf Level. Welches Level kann ich die machen? Okay, wir machen die auf Level 5. Und die Esszeit machen wir wieder schneller. Ich hoffe, das wird jetzt nicht lange dauern, Leute. Beim ersten Level hat das wirklich richtig lange gedauert. Oha, wir sind jetzt auch viel schneller, sehe ich gerade. Können wir den Gegner auch jetzt schneller holen? Zack, 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 zack. Oh, ich glaube, das dauert jetzt auch ein bisschen lange, obwohl es geht. Hä, warum müssen wir jetzt hier so Räuber besiegen? Was geht hier? Nein, jetzt haben wir wieder Ladezeit. Die dauert immer so lange, Leute. Ladezeit ist um. Ja, nice. Ah, ich kann ja auch umkreisen. Ich bin so dumm. Ich dachte, ich muss die alle aufessen. Das muss ich ja gar nicht hier. Warte. Okay, ich kriege es gerade nicht hin. Und zack, ich habe ihn umkreist. Und den hier nochmal. Ey, ich bin so dumm, Leute. Deswegen, ich hätte es viel schneller schaffen können. Aber ich habe einfach dumm gespielt. Falls ihr es auch noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Nice. Oh, oh, guck mal. Jetzt gibt es ein Bossfight für Level 5. Oh, oh, wie können wir den besiegen? Oha, guck mal, der greift uns sogar an. Der wehrt sich. Oh, oh, guck mal, da zeigt er immer, da ist was Rotes. Da wirft er immer seine Gegenstände hin und alles. Oh, die sind richtig gefährlich. Oh, oh, ich wollte gerade den Schlüssel holen. Ich warte erst, bis er angreift. Und jetzt hole ich mir den Schlüssel und die Jams noch da vorne. Oh, oh, er greift mich an, er greift mich an. Nein, ich muss doch schnell weg. Oh, nein, er hat mich ein bisschen getroffen, Leute. Guck mal, ich habe gerade ein bisschen rot geleuchtet. Nein, er trifft mich wieder. Der ist doch richtig gut, der Boss. Nein, er hat mich wieder ein bisschen getroffen. Egal, jetzt hole ich ihn. Und, muss ich hier einfach eine Runde machen, oder was? Ja, hab ihn. Oh, oh, guck mal, was jetzt passiert ist, Leute. Kann ich die auch alle umkreisen? Geht das? Ich probiere es mal. Und, komm schon. Oha, ich kann mir richtig viele besiegen. Oh, oh, aber die greifen auch mich an. Oha, der Boss ist diesmal richtig stark, Leute. Aber ich glaube, wenn ich die alle umkreise, oha. Und habt ihr alle. Oha, Leute, guck mal da oben. Wir haben 5000 fast Münzen. Das ist ja richtig krass. Das können wir so nice einkaufen. So, erstmal das hier höher machen. Die Esshöhe anstellen, damit ich viel mehr essen kann. Weil das war gerade viel zu schwer, Leute. So, das hier höher leveln und das noch. Und hier können wir sogar auch nochmal leveln. Und zack. Okay, wen müssen wir jetzt angreifen? Ich guck da vorne. Hä? Ja, die sehen doch nett aus, oder? Guck mal, die greifen mich nicht mal an. Ich muss die trotzdem, glaube ich, alle besiegen. Und... Blablabla, blablabla, blablabla. Ich esse die alle auf. Jetzt kann ich voll viele aufessen. Richtig nice. So, ich hol die alle. Zack, wie viele noch? Ah, den Schlüssel kann ich die wieder mitnehmen. Vorne, so. Und die... Oh, guck mal, da hinten sehe ich gerade. Da ist ein Riesenjuwel. Der bringt gleich bestimmt richtig viel, Leute. Oh nein, jetzt habe ich wieder die Ladezeit. Aber kein Thema mehr. Ich kann hier einfach umkreisen. Und dann war es das für die alle. So, Leute. Ich habe gerade alle umkreist, glaube ich. Und die kann ich jetzt noch hier aufessen. Jam, jam, jam. Und du auch noch. Komm mit, direkt hinterher. Jam, jam, jam. Und jetzt können wir da hinten zum Juwelen gehen. Oha, wie viele ist das? Ich bin richtig gespannt, Leute. Ach, das müssen wir wieder umkreisen. So. Das macht er von alleine, glaube ich. Und dann müssen wir gleich wieder richtig schnell klicken, oder? Hä? Wir können wieder hier Kisten aufmachen. Nice. Machen wir mal drei auf. Wow. Münzen und Juwelen bekommen. Nice. Oh, oh, Leute. Guck mal, hier Level 7. Da sind jetzt ganz viele Polizisten und so. Und ich habe nicht mehr genug Geld. Das heißt, ich muss jetzt so angreifen gehen. Mal gucken, kann ich den großen Polizisten... Oh, da wird es nicht sogar. Der will mich angreifen. Hab ich ihn? Komm, ich muss ihn schnell holen. Ich kann ihn, glaube ich, gar nicht aufessen, oder? Ich glaube, der ist zu groß, Leute. Den kann ich gar nicht aufessen. Ich muss den umkreisen. Anders kann ich den nicht besiegen. Aber, Leute, kein Problem mehr. Ich bin jetzt hier eh ein Profi. So, zack. Ich weiß jetzt, wie man hier alle besiegt. Ja, guck mal, da ist wieder so ein Juwelen-Level. Da vorne gibt es gleich wieder richtig viele Juwelen. Und Schlüssel für die Kiste. Nice. So, kann ich mal ganz viele auch umkreisen. Ich glaube, das sollte auch gehen eigentlich. Ich muss nur treffen. So, ich glaube, das hat... Gerade ganz gut geklappt. Oh, ha, guck mal, Regenbogen-Bonus. Was geht hier ab? Oha, weil ich so viele besiegt habe. Wie nice. Oha, wieso bin ich so eine Regenbogen-Schlange? Was geht hier ab? Hab wieder aufgegessen. So, jetzt kann ich da durchgehen. Ah, schade. Das ist schon weg, leider. Egal. Ich dachte, wir könnten jetzt auch als Regenbogen die Juwelen da holen. Wäre natürlich noch besser gewesen. Aber wir haben das Level jetzt geschafft. Nice. Oha, Leute. Guckt euch da das nächste Level an. Oha, da gibt es jetzt 66 Gegner. Aber ich wollte doch mal kurz gucken. Können wir noch irgendeine andere Sachen hier holen? Kisten oder so? Was gibt es hier noch? 100 für ein neues Item. Was ist das? Ah, ein Hut. Und einen neuen Skin habe ich mal geholt. Oha, miupi, der aussieht. Heftig, Leute. Aber, Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, tschüss.